Hey Leute, Kicks am Start. Heute geht es um die Mission Finde Beskereisen, wo der Boden auf dem Himmel trifft. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben wieder eine Mission für den Mandalorian, also wieder eine weitere Beskermission. Diesmal lautet die Mission Finde Beskereisen, wo der Boden auf den Himmel trifft. Also wenn du keine Mission mehr verpassen willst rund um Fortnite, dann lass mir doch gerne ein Abo da und aktiviere auch die Glocke. Wir müssen in diesem Fall einfach nur hier an den höchsten Punkt der Map, wo der Berg ist ganz oben. Da sehen wir hier auch schon das Beskereisen. Ich zeige euch das auch nochmal auf der Map. Also ihr müsst genau hier, dort wo auch die Wetterstation ist, nur halt eben ganz nach oben. Da habt ihr auch noch eine schöne Kiste. Das war es auch schon. Hört auf das Lama in der Endcard. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Kicks. Bis zum nächsten Mal.